Sommerlich ist es bei uns definitiv nicht und die nächsten Tage wird es sogar noch kühler. Heute gab es zwar Sommerwetter, es war schwülwarm, so richtiges Waschküchenwetter. Und dann gab es heftige Schauer und Gewitter. Und die brachten beispielsweise in Kirchdorf, Pöhl, Mecklenburg, Vorpommern 42 Liter Regen pro Quadratmeter. Hof Geismar in Hessen, heftige Windböen, 89 Kilometer pro Stunde. Und das sieht morgen nicht viel anders aus, denn auch da kann es zum Teil noch für kräftige Gewitter reichen. Auch jetzt in den kommenden Stunden, das Ganze zieht nämlich weiter nach Osten und Südosten. Insbesondere am Alpenrand wird es morgen lange nass und vor allem den ganzen Tag über trüb sein. Es gibt auch dann wieder Schauer und Gewitter, allerdings auch sonnige Abschnitte. Denn von Nordwesten her bessert sich das Wetter. Und das bedeutet für den gesamten Nordwesten so vier bis sechs, zum Teil sogar bis zu acht Stunden Sonnenschein. Dagegen südöstliche Baden-Württemberg, Bayern und auch weite Teile Sachsens, die kriegen nicht mal zwei Stunden Sonne ab. Und dazu wird es dann noch richtig frisch bleiben. Jetzt in der Nacht sind noch heftige Regengüsse unterwegs, zum Teil mit Blitz und Donner. Dazu auch eben, wie eben ja gesehen, starke Windböen, zum Teil sogar stürmische Windböen. Erst in der zweiten Nachthälfte lockert es schon von Nordwesten her auf. Temperaturen sinken bis morgen früh auf 18 bis 14 Grad. Und morgen Vormittag im Nordwesten schon erste längere sonnige Abschnitte, meist trockene und vereinzelte Schauer in Schleswig-Holstein. Dann aber in Baden-Württemberg, Bayern hinauf bis nach Brandenburg, Schauergewitter direkt am Alpenrand. Es ist eh stark bewirkt und ziemlich trüb. Da regnet es auch gegen Nachmittag und Abend weiter. Im Nordwesten dagegen viel Sonnenschein und wirklich nur ganz vereinzelte Regengüsse. Temperaturen unter dem Dauergrau. Gerade mal 18, 19 Grad, sonst 20 bis 24. Der Wind spürbar, insbesondere im Norden Richtung Nordfriesland, Ostfriesland. Zum Teil sogar frischer bis starker Wind und das allein im Mittel. Nach Süden hin lässt er nach. Die nächsten Tage windig und ziemlich frisch. Erinnert fast an Herbst. 18 bis 22 Grad am Montag. Dann immer wieder schauernd Gewitter und kräftiger Wind im Westen und Süden. Den haben wir am Dienstag dann im Norden und Osten bei 18 bis 21 Grad. Und auch dann wird es immer wieder nass. Talsohle am Mittwoch erreicht. Dann Temperaturen gerade mal 16, 17 Grad in Hamburg. Danach geht es dann aber zum nächsten Wochenende wieder ordentlich. Bergauf. Das ist der morgige Tag in der Zusammenfassung. Jetzt das Wort zum Sonntag. Das kommt heute von Michael Bruch aus Stuttgart. Ihnen einen schönen Eben-Seuchen. Tschüss.